Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Genshin Impact und wir müssen jetzt eine Suppe zubereiten nach Kinshe Art. Einfach erst ein Feuer. Wirklich? Ach, das ist wirklich etwas, was mich auch sehr stört, muss ich sagen. Das ist sowas immer... Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Dass man für sowas dann immer einen Pyrohäden braucht. Warum... Oh, okay, das war jetzt wirklich das Falsche. Warum, warum, warum? Also das ist doch einfach nur... Ich weiß es nicht, das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Warum man das so umständlich macht einfach. Nur dafür, wo sie jetzt irgendwie eine halbe Minute hin und her klicken, nur um etwas anzuzünden, was einfach von vornherein schon brennen könnte. Aber gut, danke für absolut gar nichts. So. Dann gucken wir mal, ob wir das Rezept überhaupt kennen. Kinshe Suppe. Nope. Rettich Suppe. Irgendwas muss er mit Kuh anfangen und wir haben nichts, was mit Kuh anfängt. Versuchung der Adepten. Na, vielleicht ist es das. Aber... I doubt it. I doubt it. Woher zum Teufel soll ich wissen, wie das Rezept... Also, woher soll ich das? Bereite eine Portion Bauerngemüse. Ah, es ist nicht die Suppe. Das heißt Bauerngemüse. Das, was wir zu bereiten müssen, das haben wir auch nicht. Bauerngemüse? Haben wir auch nicht. Nope. Herr, woher soll ich das... Woher soll man wissen, wie das geht? Oh. Fräulein bei. Wir haben nicht so oft junge Leute wie dich zu Besuch. Was verkaufst du hier? Hättest du gerne etwas Tofu? Nein. Bauerngemüse hätte ich gerne. Dann können wir uns das auch gleich kaufen. Na, schon besser. Aber die Frau haben sie doch gar nicht erwähnt letztes Mal. Oder bin ich bescheuert? Gehen wir nicht dran an, dass sie letztes Mal gesagt haben, dass man sich erst das Rezept bei dir holen soll. Wäre schön, wenn das bei dem Auto-Quest-Helper dann auch dabei wäre. Aber egal. Wir haben es jetzt. So. Alright. Okay. Glück gehabt. Ah, Mist. Jetzt habe ich den Charakter nicht gewechselt. Aber es reicht wahrscheinlich hier, wenn man es einmal herrscht, denn da. Yes. Jetzt kotzt das wahrscheinlich aus, weil ich es nicht mit einem richtigen Charakter zubereitet habe. Das wäre ungut. So. So. Food. Ah, nehm, food. Ah. Das hat mich zurückgebracht von der Brink, die du hast. Hast du ein Traum, während du schlappst? Das war nur das mein größte Traum der ganzen Leben. Really? Warum? Was ist das passiert? Last of them back I became a completely different person in my dream Don't ask me why I have no idea It's hard to describe It's like I was being controlled As if somebody else put the idea of climbing the mountain into my head I know how crazy that sounds but an intruder trespassed in the dark recesses of your soul an idea not autonomously generated by the individual but that appeared within the subconscious yes the science do indeed point towards mind control all the other victims we've met have talked about being cold and needing to rest were they all climbing the mountain too? Wie können sie alle denselben Traum haben? Haiman doesn't even want to think about it We need to update Mona on all of this Let's go So Auf zu Mona Gut, dass da ein Teleportpunkt direkt daneben ist Wenn man ihn anklicken könnte wäre es gut Wenn die eigene Inkompetenz einem da nicht im Weg stehen würde wäre das natürlich hilfreich Dann wäre es gut, dass da direkt daneben ein Teleportpunkt ist Mona! We found some stuff out An ice-capped mountain looms over the world from far above the clouds and that is the place from which this burgeoning darkness perceives ice-capped mountain Is that all? Is that all? It's a really really high mountain that no one's ever seen before and it's super cold up there The sleepers are forced to try and climb to the summit but they don't know why climb the mountain to the summit What sort of person would wish to reach the summit of that mountain? And how is their desire strong enough to exert an influence on others? Perhaps some poor soul lies there buried in the snow hounded to death on the mountain Or Or some intrepid explorer was exceptionally keen to conquer that particular mountain Oh! I'll do another reading Ah ha! I see something here It's a little vague but I think I can get his name Ah! Yes! Leonard Wow! That was fast! Well, in case you'd forgotten I am a genius Leonard Hyman's never heard that name before Hi! Sounds interesting Mind if I join you? What ho? We meet again Begring Vimizuma My Ratna Mill and I were just The first time the Millilith were present I had to forego the chance to strike down Mondstadt's savior This time was a perfect moment I was mere seconds away But who was that mage? She could not have known who I am Perhaps her powers revealed to her things unseen Soldiers! Sir! Find them And when you do Another one? My Lord! It's happening again This is the largest one we've seen so far They just keep coming But so be it Move out! Change a plan Your prior objective remains in force Continue to research the meteorites My Lord! Leave them to us We will make short work of them Are you deaf or just stupid? When did I give you the right? To issue your own orders My apologies my Lord Now move out And complete your objectives as assigned I don't know I don't know Any junior fortune teller could have told you this But That man was a Fatui Harbinger That was too close How did you manage to get caught up with a guy like him? A Fatui Harbinger? Why? Their wickedness knows no bounds Einer der Elf? Meine Güte Whatever he was planning to do He was heading straight for you And he is an extremely powerful individual I sensed it the moment I looked at him He's far more powerful than you'd imagine As much as it pains me to admit it Surely his power cannot match that Of the astrological genius of the century I never said that His strength may exceed mine By a hair's breadth But in astrology alone He doesn't come close This reminds Paimon of something We ran into some Fatui at Wongshu Inn too What interest could the Fatui have in the meteorites? They must be plotting something Maybe Maybe Just maybe Oh! The Fatui are the ones Who caught the meteor shower in the first place Was that it? Paimon! That was my line Get your own Sorry! Paimon's mouth just works so much faster than everyone else's Is that it? Is that it? Is that it? Where do they get the power to pull stars out of the sky? Osvaldo Hafnerweins? What is your opinion? I think that anything is possible, main frulein So long as they can afford to pay the price They will never stop sowing their seeds of destruction across the land Fatui? Your sin shall not go unremembered I... Also believe That miracles can happen Astral Emissary You have performed admirably as a member of my retinue I will dispatch my forces to protect you And they will ensure that the encroaching darkness shall bring you no harm She means No need Paimon thinks that our current line-up works just fine No need to fix it if it ain't broke You underestimate me, Fischl I'm far stronger than you seem to think Main frulein trusts no one more than yourself, my lady She is simply concerned for your well-being There's really no need In any case, you're in a much more perilous position than I am If anything, you need my protection Du hast einen guten Charakter Mona Huh? What are you saying that for? For now, we must deal with the new threat My Astral Emissary tells me that a new meteorite has landed And it's the biggest one yet Begib dich zum Ort Ah, okay, das... Oh, hä? Lol Achso, stimmt, sie hat uns ja weg teleportiert Ahja, true Ich wollte schon sagen, da standen wir doch gerade eben, aber... Ja, sie hat uns weg teleportiert Oh, wow, okay, der ist echt huge That is huge That is huge Looks like we made it here before the Fatui Quick, there's no time to lose This is the one I sense an unprecedented amount of elemental energy within The very heart of darkness descends upon the world What do the Fatui want with this? Is it the elemental power? It's possible But if that were the case Other life forms would surely be drawn to the meteorites energy too Lass uns das näher anschauen Uh, okay, wir haben es abgeschlossen Beim Beseitigen von Gegnern während der Herausforderung des stürzenden Sterns erhältst du himmlische Energie Du kannst aber nur eine gewisse Menge himmlische Energie besitzen, darüber kannst du keine mehr aufnehmen Unter dem stürzenden Stern kannst du die Energie, die du gesammelt hast, abgeben und damit die Herausforderung weiterführen Wenn du während der Abgabe der Energie angegriffen wirst, wird der Vorgang unterbrochen und du verlierst die Energie, die du besitzt Okay, wenn du bei einem bestimmten Stand der Sterne unterbrochen wirst, kannst du sogar all die abgegebene Energie verlieren Auch der Standort der Energieabgabe könnte sich ändern Okay Während der Herausforderung erscheinen in unregelmäßigen Abständen strahlende Reichtum und strahlende Tapferkeit, die den Figuren in der Umgebung Boni verleihen Nähere dich Figuren mit diesen Effekten, um den Fortschritt der Herausforderung anzukurbeln Die jeweiligen Auswirkungen dieser Effekte kannst du im Fenster zur Aktion Stern der Bestimmung einsehen Am Anfang der Herausforderung gibt es einen bestimmten Stand der Sterne Es gibt drei Folgen, dabei folgende Möglichkeiten Sternwanderung, Änderung der Standards der Energieabgabe Monstrosität, brutalere Monster, energetische Misere, höheres Risiko bei Energieabgabe Verlust, sämtliche Energie bei Unterbrechung Alter, wie viel muss man sich da bitte merken, ey? Die vertreiben es ja komplett Ähm Na, das ist noch das vom Ersten Genau Drehe die Planetenmaschine, um die Runen anzuordnen What? What happened? Stern der Bestimmung Der stürzende Stern über den Selbst der Verursacher der großen Katastrophe nicht entwechsen kann Muss eine pechschwarze Brotstätte für finstere Stunden sein Diesen bis zum heutigen Tag größten Meteoriten kann man nur mit feinden Kräften aufhalten Ja, wow, ist direkt vor mir, okay Stürzende Stern Bestehe die Herausforderung, Stürzende Sterns mit Essenz der schümbenden Sterne zu erhalten Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich richtig verstanden habe, ehrlich gesagt Okay Okay Fuck, wir sind nicht full life Das ist schlecht Ist jetzt wahrscheinlich wieder nur ein gewisses Gebiet, in dem man sich aufhalten darf Stand der Sterne Sternwanderung Die Stelle zur Abgabe der himmlischen Energie ist veränderlich Die Stelle zur Abgabe der himmlischen Energie ist kleiner T gibt die himmlische Energie Alter, man hat nicht mal Zeit sich das durchzulesen Was ist das bitte für ein Witz? Du gibst, du kriegst nicht mal Zeit, dir das vollständig durchzulesen, Alter Also ich krieg die himmlische Energie, wenn ich die Gegner einfach besiegele Gib die Energie im vorgegenden Bereich ab Hä? Ich drücke T, aber es passiert nichts Ja, weil ich keine Energie habe wahrscheinlich Ich gues Aber wieso habe ich keine Energie bekommen? Das ist natürlich blöd Fortschritt 0 von 2000 Ah, jetzt Der hier hat Energie Wait, welcher war das jetzt? Ist der schon tot? Der hat doch so ein Leuchten über dem Kopf, aber der ist weg Ich habe wieder nichts bekommen Wieso habe ich jetzt wieder nichts bekommen? Oh, oh Nähere die Spiele, um meinen Angriffsbonus zu bekommen Ah, der ist doch die ganze Zeit bei mir Okay, also ehrlich gesagt checke ich es überhaupt nicht Wie habe ich jetzt die Energie bekommen? Also man sieht es gar nicht, wenn man die Energie bekommt Wenn ich das jetzt richtig verstehe Was ich ziemlich kompliziert finde Oder umständlich Aber es lag wohl daran, dass ich halt ein Monster getötet habe Das von der Energie beeinflusst war Most likely Warum ist eigentlich diese bescheuerte Mählung die ganze Zeit im Ding? Ich will jetzt nicht F2 drücken Am Ende bricht das jetzt noch ab Auch ätzend Ich drücke jetzt mal F2 Einfach nur, damit die Mählung weg ist So Also jetzt leuchtet unten wieder dieses Energie-Ding auf Aber jetzt drücke ich es ganz sicher nicht Aber habe ich dadurch einen Nachteil, wenn ich es erst später drücke? Das ist die Frage Jetzt könnte ich es glaube ich schnell drücken Nee Hä? Wieso hatte das jetzt einen Cooldown? Das hatte doch vorher auch keinen Cooldown Oh 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 mein Gott Das war knapp Ich muss jetzt mal die beiden ausschalten Oh mein Gott, da ist mal die beiden ausschalten Oh mein Gott, da ist mal die beiden ausschalten Eigentlich hast du mich getroffen Das heißt, warte mal, man kriegt immer 400, ne? Das heißt, man muss es fünfmal abgeben Das heißt, wir sind schlecht in der Zeit Aber gut, am Anfang habe ich es nicht gecheckt, wie es funktioniert Jetzt sind wir jetzt vielleicht ein bisschen besser in der Zeit Gott, ich hasse die Viecher mit dem Holzschild, man Das ist so nervig Äh, mit dem Steinschild Das sind mit Abstand die nervigsten Gegner im ganzen Spiel Jo, wahrscheinlich Oh, was, wir haben nur 360 bekommen statt 400 Alter, übertreib bei der Gegner ist jetzt sau stark Das ist einer der stärksten Gegner im Spiel, denen ich bisher begegnet bin Ah, das ist eine der größte Die E-Fähigkeit von Raidu ist so krank stark, komplett übertrieben eigentlich. Oh, die nächsten Gegner sind da ja schon da. Ah Mist, ich bin ein Idiot. Gegen die hat sich Fischl's Ultimate natürlich nicht gelohnt. Oh boy, das wird ein ganz knappes Ding glaube ich. Das wird ein verdammt knappes Ding, ja. Also wir kriegen jetzt noch mehr Energie hier. Dann vielleicht nicht. Was, noch mehr? Ich muss mich jetzt erstmal um die hier kümmern. Oh boy. Hoffentlich haben wir jetzt genug Zeit für ne Abgabe. Komm schon, gib mehr als 400, mehr als 400. Ah, gib 400. Ja gut, aber das heißt wir müssen es noch einmal abgeben, dann müssten wir es rein theoretisch haben. What? What? What is happening? Ist ja auch geil, du hast so kaum so Zeit stehst übel zu unter Druck und dann spawnen die Monster einfach nicht. Ist auch cool. Und ausgerechnet die ätzendsten Monster gegen die ich kämpfen kann, von den Elementen her, kommen natürlich gleich zweimal hintereinander. Ich liebe es. Als wenn es die Spiele immer wüssten, was er am meisten abfuckt. Da würde ich lieber nochmal gegen diesen super starken Typen kämpfen, TBH. Das gibt es safe, keine 400. Nope. Oh. Boah. Boah. Die Dudes gehen da mittlerweile richtig leicht down. Ach komm. Außer der hier, dem mache ich aus irgendeinem Grund keinen Schaden. Oh, Moment mal. Monster nähern sich mit der Energie? Wo ist das Monster mit der Energie? Wenn nur noch 30 Sekunden. Ich werde es ja nicht schaffen. Oh no. Wobei. Wollen wir das jetzt abgeben? Oh mein Gott, Alter. 15 Sekunden noch übrig gehabt. Oh. Are you kidding me? Das kostet jetzt auch noch. Oh. Belohnung. Uff. Aber wirklich big uff. Okay, dann mehr Spielermodus verlassen, oder? Zurück zum Einzelspielermodus. Oh. Das war jetzt schon heavy. Okay, aber das war's. Man kann jetzt quasi, so oft man will, hier diese Dinger farmen. Das ist dann auch immer das gleiche, oder wie? Okay. Ist ja irgendwie ziemlich langweilig. Und der Aktionshändler, der gibt dir hier für... Ja gut, das ist schon nice. Das sind schon gute Sachen. Grund, der weiß halt, was ist das? Wertvolles Material, das zum Verbessern von Talenten benötigt wird. Ein rituelles Hilfsmittel, das in alter Zeit für die Weitergabe von Wissen genutzt wurde. Uff. 3,110 kostet das. Das ist noch 12 Tage. Boah. Das ist heftig. Pfff. Okay, krass. Na gut, aber damit haben wir das ganze Event quasi zumindest freigespielt. Genau. Oder alle Quests davon durchgemacht. Na gut, dann werde ich das die nächste Zeit noch farmen. Ich habe jetzt wie gesagt, also das merkt ja sicherlich daran, dass das Video hier zwei Wochen... Das Video kommt wahrscheinlich, wenn das Event vorbei ist. Oder knapp vorbei ist. Weil ich einfach so viel aufgenommen und so viel gespielt habe. Genau, deswegen werde ich jetzt in die nächste Zeit wahrscheinlich erstmal nur noch chillen. Und einfach noch das Event abstauben, die ganzen Belohnungen einsacken und meine Dailies machen. Und hoffentlich nicht zu weit kommen, weil sonst muss man gleich wieder Videos machen. Und, oh Baby. Das deckt sich langsam ganz schön hoch. Aber macht ja auch echt Spaß, sonst würde ich es ja nicht spielen. Das ist echt nice. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es am Anfang wieder so viel Spaß macht. Vor allem jetzt, wo man auch das Game tatsächlich ein bisschen versteht. Oder ein bisschen mehr. Das ist auch noch geiler geworden eigentlich. Genau. Wobei es auch hauptsächlich an Beidou liegt tatsächlich. Also, ewig hätte ich jetzt mit dem alten Team nicht mehr spielen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit dem alten Team noch länger gespielt hätte, hätte ich glaube ich irgendwann einfach deswegen keine Lust mehr aufs Spiel gehabt. Weil es einfach gesackt hätte. Aber ich hätte auch keine Lust gehabt, meine ganzen Ressourcen dann in Helden zu pumpen, die man sowieso austauscht, sobald man einen besseren bekommt. Das wäre auch irgendwie sinnlos. Und jetzt, ich meine klar, die Helden, die ich jetzt aktuell habe, die würde man wahrscheinlich auch immer noch austauschen. Aber... Naja. Vielleicht... Nicht mehr ganz so easy, wie die Helden, die ich zuerst hatte. Aber egal. Auf jeden Fall, um uns zu entscheiden, würde ich mir selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Links in der Beschreibung abchecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.